Der Aufstieg der Föderation zur Macht begann bereits vor Jahren. Als die großen energieerzeugenden Wüsten zerstört wurden, brachen die von ihnen abhängigen Weltmächte zusammen. Die Föderation erhob sich aus ihren Trücken. Die Föderation hat ganz Südamerika unter einer Flagge vereinigt und bei ihrem Vormarsch nach Norden alles in ihrem Weg verschlungen. Als sie Odin gegen uns richteten, stand die Föderation direkt vor Amerikas Haustür, bereit für den Todesstoß. Sie dachten, wir wären schwach. Eine leichte Beute. Wir kämpften. Doch gut, so dass wir ein blutiges Papp erreicht. Und hier, jenseits der Krater des Niemandslands, führen wir einen defensiven Krieg gegen einen überlegenen Feind. Weiching 6, seid ihr da? Herr, Hesh, Logan. Verstanden. Ja, wir sind hier. Was gibt's? Berichte liegen vor. Berlis wurde letzte Nacht eingenommen. Die Mauer soll sofort überprüft werden. Mist. Gibt's Überlebende? Negativ. Ich wollte dich nicht wecken. Ich dachte, du kannst den Schlaf brauchen. Oh Junge, hör zu. Hey, Riley hat was entdeckt. Schnapp dir deine Sachen los. Team 2, seid ihr in unserer Nähe? Negativ. Wir sind draußen. Habt ihr Jungs was? Riley hat. Wir sehen nach. Roger. Wir sichern den Ausgang. 2, 1, Ende. Ja, Freunde. Willkommen zurück zu Call of Duty Ghosts. Zehn Jahre sind vergangen und die Odin hat natürlich verheerende Schäden angerichtet, aber die beiden Brüder sind immer noch vereint. Riley. Den Hund kennen wir ja bereits aus den Trailern. Ja, guter Junge. Also mir gefällt die Idee mit dem Hund. Ist mal was Neues. Wie er nach oben glättert. Cool. Ach ja, wir spielen hier die PC-Version. Sieht natürlich ein bisschen besser aus. Irgendjemand rennt hier rum. Such. Okay, wir hier drüben. Riley links. Wild. Ja, die oberste Regel. Niemals was vom Boden essen. Kann man sich merken. Roger. Da ist sie. Sieht übel aus, aber sie steht nicht. Yo, Sergeant. Ist der Bereich sicher? So gut wie. Müssen noch diese Seite der Mauer absuchen. Wir nehmen die linke Seite. Sollte schnell gehen. Treffpunkt bei der Tankstelle. Alles klar. Ja, ja, die alte Tanker. Zehn Jahre und so sieht die Welt aus. Wir sind immer noch in Kalifornien. Hier drüben sehen wir Hollywood. Oh, wow, 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 wow. Wir sollten lieber mal hier runtergehen. Riley, Riley. Such. Irgendjemand in der Nähe? Man hört hier jemanden. Wow, ich liebe den Hund. Jetzt schon. Okay, jetzt geht's los. Also zielen können sie. Aber der Hund geht rein. Was ich ja ganz gut finde, wir kämpfen diesmal nicht gegen die Russen oder Chinesen, sondern gegen so eine globale Macht gegen Amerika, die Föderation. Wir wissen nur, dass sie über Südamerika reingekommen ist. Deswegen wohl auch das Spanisch. Oh shit, können wir die retten? Ich versuch's. Ich versuch's. Tja, so viel dazu. Ich hab mein Bestes gegeben. Na gut, dann gehen wir direkt an die Front. Angriff ist immer noch die beste Verteidigung. Wow, 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 wow. Der Hund, der miet's hier alle weg. Was haben wir hier? Also die hier, die nehmen wir mit. Heli! Okay, jetzt geht's richtig los. Zack, einer weniger. Okay, die Sniper war eine gute Idee. Kann man hier spielen. Den Piloten, ich brauch den Piloten. Wieso können wir den nicht killen? Granate raus. Noch eine hinterher, hier drüben hin. Mann, die Dinger hauen ja genauso gut rein wie in Battlefield 4. Wow, 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 wow. Deckung nehmen. Okay, die Seite ist frei. No, 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 no. Immer schön hier in den Hintern ballern. Tödlich, absolut tödlich. Haben wir ja schon rausgefunden im Payday. Ab 10 Kugeln in den Hintern ist man tot. Yes, Baby, gerne doch. Her damit. Lenkraketen mit dem Laser. Aber ich sehe kein Heli. Der Hund, der fühlt sie wieder. Wo will er hin? Hier drüben hin. Alles klar, den hätten wir. Wow, shit, der hat einen großen Bruder. Wo ist der Heli hin? Hier drüben. Okay, der hier könnte zum Problem werden. Und, komm schon. Yes, zwei Treffer. Alles klar, der Vogel landet. Sicher, alles sicher. Corporal Davis, los ans Steuer. Roger, übernehme den Transport. Logan, du überwachst von hinten. Alter, 4-3 Bravo. Echo 4. Wie geht's? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, wir sollten uns beeilen. Ruhig, ganz ruhig. Okay, wir können jetzt hier den Hund direkt lenken und den hier drüben, den krallen wir uns. Nice. Wir können bellen. Ich sag ja, die Idee mit dem Hund, die gefällt mir. Okay, zwei Mann, drei Mann hier drüben. Und wir nehmen den anderen. Mann, der Hund ist Killer. Der gefällt mir, ich will auch so einen. Oh yes, Slow-Mo. Ich liebe Slow-Mos. Oh shit, wie der rein rennt. Wow. Oh yes, genial. Ach ja, COD Slow-Mo sind die besten. Okay, die Sniper nehmen wir mit. Alles klar, wir können immer noch den Hund lenken. Der macht einen guten Job, muss ich sagen. Sehr gut, mein Junge. Immer schön weitermachen. Wow, 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 wow. Wow. Noch einer in der Nähe, ich seh' niemanden. Irgendwo hier unten. Ach, hier drüben steht der. Okay, okay. Komm schon. Meine Güte, war der C. Alles klar, hier nehmen wir die Sniper. Sieht aus, als würden sie sich durch die Trümmer graben. Stoßen auf Widerstand, aber wir schlagen uns durch. Die sieht man so schlecht. Riley. 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 Alles klar, Riley hier. Also Snipern irgendwie, gerade nicht mein Ding. So, die beiden hätten wir. Wir gehen hier rum. Immer schön nach vorne. Eine noch am Leben. Oh, Granate, ich hasse Granaten. Außer wir werfen sie selber, dann finde ich sie gut. Was haben wir hier drüben? Irgendwas zum Mitnehmen? Nö. Ich geh rein. Viking 1, wir erhalten Berichte von hoher Feindaktivität weiter vorn. Sie sind auch, wenn ihr euch beeilt, dass ihr sie abfangen könnt. Roger. Bewegung. Granate raus. Noch eine hier drüben hin. Hab ihn. Hab ihn. Ach ja, der Hund und ich, wir sind ein gutes Team. Was ist hier los? Was war das? Ein Slide. Die Spuren sind frisch. Er muss langsam runtergehen. Wir sind wohl hier lang. Noch einmal rutschen. Wow. Okay, weiter geht's. Fahrzeuge nähern sich nicht. Ja, hier können wir wenig machen. Perfekt. Warte. Nachzügler da rechts. Zwei Uhr. Ausschalten. Riley. Guter, junger Riley. Unten bleiben. Wir folgen. Ich bin vor dir. Jackpot. Stalker hat mein riesiges, feindliches Lager genau vor uns. Sehen wir uns das mal an. Mit Riley synchronisieren. Und los geht's. Hohe Feindaktivität hier. Ganz langsam und vorsichtig. Zieh dich um, ob du irgendwas finden kannst. Also, wir gehen hier an der Seite vorbei. Im hohen Gras. Nicht vergessen. Langsam und vorsichtig. Riley im Gras verstecken. Alles klar. Wie kommen wir hier nach oben? Ich kann nicht springen. Aus irgendeinem Grund. Normalerweise ist doch der Hund sehr agil. Ne, ich komme nicht nach oben. Muss einen anderen Weg geben. Eventuell hier an der Seite. Okay, zwei Mann. Die lassen wir am Leben. Keine Chance gegen beide. Das sollte klappen. Aber den hier, den kriegen wir. Ich liebe es. Treffer? Du meinst wohl bis. Mal sehen, was hier vor sich geht. Den hole ich mir. Eine ganze Armee hier drüben. Aber der eine hier, der ist so ein bisschen langsamer. Und deswegen... wird er sterben. wieder zwei Mann hier drüben. Da gehen wir mal hier rein. Ruhig. Alles klar. Die beiden ziehen weiter. Den einen hier, den holen wir uns, weil es so schön ist. Er ist erledigt. Genauso wie den hier, wenn wir schon dabei sind. Ach, wenn wir schon dabei sind. Kann man ja mal machen. Der Typ auf dem Anhänger. Siehst du ihn? Zoom heran. Mal sehen, was hier los ist. Hast du die Maske von dem Kerl gesehen? Wie schön, dass du hier bist. Mark. Was ist los? Man könnte meinen, du hast deinen Geist gesehen. Von mir erfährst du gar nichts. Das ist wirklich zu schade. Hey, du hast doch nicht geglaubt, dass ich es dir leicht mache. Oh nein. Wir beide haben wirklich viel nachzuholen. Bericht da ist zur Feuerbasis Charlie. Und ihn auch. Operation Heimkehr fährt wie geplant. Feuerbasis Charlie. Operation Heimkehr. Viking, wie lautet eure Position? Die Jungs haut mal besser rein und kommt, sonst bleibt ihr hier zurück. Verstanden. Sind auf dem Weg. Markiere den Sammelpunkt. Hol Riley da raus. Wir treffen uns am Ausgang. Alles klar, machen wir. Leiter Riley zum südlichen Sammelpunkt. Bin dabei. Noch jemand in der Nähe. Hm, der hier drüben. Na, mein Junge, hast du Hunger? Logan, der Ausgang ist südlich von Rileys Position. Riley will essen. Komm schon, gönn mir den Spaß. Ich habe den Sammelpunkt auf Rileys Kamera markiert. Er liegt im Süden. Hep! Hey, gegen so einen Hund hast du keine Chance. Guter, junger Riley. Bewegung. Stalker 6 sind auf dem Weg zu eurer Position. Startet die Party nicht ohne uns. Riley, nicht so schnell. Was ist mit dem Hund los? Riley, bei Fuß. Wow, etwas langsamer. Wollen wir es nicht? Kojoten? Was ist los? Oh nein, Wölfe. Scheiße. Oh, verflucht. Die greifen an. Nein. Na komm. Oh, shit, Riley. Oh, shit, Riley. Ich habe keine Kugeln. Ich habe keine Kugeln. Oh, shit. Die sieht verloren aus. Sind wir nicht. Wir haben unser Ziel gefunden. Captain Eric? Walker? Ich glaube, du hast was für mich. Die Föderation hat einen Kerl zur Feuerbasis Charlie gewandt. Wird er vermisst? Yeah. Ajax. Okay, wir haben nicht viel Zeit. Ihr könnt mit uns kommen. Macht aber, was ich sage und wenn ich es sage. Verstanden? Ja, Sir. Geht's dir gut? Mann, die bösen Wölfe. Der arme Hund. Fallen konnten vor uns. Stellt bleiben. Sie rücken ab. Alles im Zeitplan. Was haben wir hier? Ein Boot? Ich hab den hier. Okay, ich brauch Deckung. Oh, schon wieder so eine Granate. Immer in meine Richtung. Okay, wir gehen hier rein. Alles klar. Jungs, weiter nach oben gehen. HB'n. Alles klar, Sniper raus. Die holen wir uns. War schon ganz gut, dass wir die mitgenommen haben. Keegan, geh vor. Bring uns in Richtung Stadion. Ajax hat nicht mehr lang. Ja, das ist geht. Untertitelung des ZDF, 2020